Ron Kovic wurde am 4. Juli geboren, einem Tag, der in Amerika für Freiheit und Unabhängigkeit steht. Aufgewachsen in einem Vorort, war er umgeben von den Idealen der Freiheit und dem Streben nach Glück. Er wuchs mit dem Glauben an den amerikanischen Traum auf, einem Traum, der allen Chancen und Erfolg versprach. Als Junge trat er den Pfadfindern bei, wo er die Werte von Ehre, Pflicht und Patriotismus lernte. Er war ein Junge voller Patriotismus. Kovic liebte sein Land zutiefst und wollte ihm dienen. Inspiriert von Geschichten über Tapferkeit und Opferbereitschaft, träumte er davon, beim Militär zu dienen. Gleich nach der Schule trat Kovic den Marines bei, entschlossen etwas zu bewegen. Er war bestrebt, für die Freiheit zu kämpfen und die Werte zu schützen, die ihm am Herzen lagen. Das strenge Training im Bootcamp stärkte seine Entschlossenheit nur noch. Bald wurde er nach Vietnam geschickt, einem Ort fernab der Heimat, aber zentral für den Kampf für die Demokratie. Der junge Patriot war bereit, ein Held zu sein und trug die Hoffnungen und Träume seiner Familie und seines Landes mit sich. Er glaubte an die Sache und schrieb Briefe nach Hause, die von Optimismus und Entschlossenheit erfüllt waren, überzeugt davon, dass er Teil von etwas Größerem war als er selbst. Vietnam war eine harte Realität. Der Krieg war brutal. Kovic sah Dinge, die ihn verfolgten. Er wurde im Kampf verwundet. Der junge Marine war gelähmt. Kovic fühlte sich betrogen. Seine Träume waren zerbrochen. Er kehrte als veränderter Mann nach Hause zurück. Amerika schien nicht mehr dasselbe zu sein. Er kämpfte darum, seinen Platz zu finden. Kovic stand vor vielen Herausforderungen. Er war körperlich und seelisch gezeichnet. Er fühlte sich verloren und allein. Das Land, das er liebte, schien gleichgültig. Er stellte alles in Frage. Kovic weigerte sich, zum Schweigen gebracht zu werden. Er fand Kraft in seinem Schmerz. Ihm wurde klar, dass der Krieg falsch war. Er wollte seine Stimme erheben. Er musste etwas tun. Kapitel 4 Seine Stimme für den Frieden finden Nach seinen Erlebnissen im Vietnamkrieg wurde Kovic zum Kriegsgegner. Sein Weg vom Soldaten zum Aktivisten war von einer tiefgreifenden Transformation geprägt. Er sprach auf Kundgebungen und Protesten und setzte sich leidenschaftlich für Frieden und Gerechtigkeit ein. Seine Reden waren kraftvoll und bewegten viele dazu, sich der Sache anzuschließen. Er schrieb ein eindrucksvolles Buch, das seine Erlebnisse und Emotionen festhielt. Seine Worte waren rau und ehrlich und spiegelten den Schmerz und die Hoffnung wider, die er empfand. Born on the 4th of July erzählte seine Geschichte auf eine Weise, die bei den Lesern tiefe Resonanz fand. Die Welt hörte zu und war bewegt von seinem Mut. Seine Worte fanden bei vielen Menschen Anklang und regten Gespräche und Reflexionen über die Kosten des Krieges und den Wert des Friedens an. Er gab den Stimmlosen eine Stimme und sprach für diejenigen, die es nicht konnten. Seine Botschaft war klar und unerschütterlich. Er forderte die Menschen heraus, ihre Überzeugungen und die Welt um sie herum kritisch zu hinterfragen. Sein Einfluss war tief aufgreifend und weitreichend. Er wurde zu einem Symbol des Friedens, das den Kampf und die Hoffnung auf eine bessere Welt verkörperte. Seine Präsenz inspirierte viele, den Kampf für Gerechtigkeit fortzusetzen. Sein Kampf war noch lange nicht vorbei. Ronkowitsch Engagement für Frieden und Gerechtigkeit trieb ihn weiter an und er blieb ein unerschütterlicher Verfechter des Wandels. Kapitel 5 Ein Vermächtnis von Mut und Mitgefühl Ronkowitschs Geschichte ist eine Inspiration. Sein Weg vom Soldaten zum Friedensaktivisten ist ein Beweis für die Kraft des menschlichen Geistes. Er verwandelte seinen Schmerz in Zielstrebigkeit. Nachdem er im Vietnamkrieg gelähmt wurde, fand er eine neue Lebensaufgabe. Er widmete sein Leben dem Frieden. Durch seine Reden und seinen Aktivismus wurde er für viele zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung. Er kämpfte für die Rechte von Veteranen. Er gab nie auf. Kowitschs Vermächtnis lebt weiter. Sein unermüdliches Engagement machte auf die Nöte von Veteranen aufmerksam. Er erinnert uns an die wahren Kosten des Krieges. Seine Erlebnisse und Opfer verdeutlichen die tiefgreifenden Auswirkungen von Konflikten. Er lehrt uns Mut und Widerstandsfähigkeit. Sein unerschütterlicher Geist angesichts von Widrigkeiten ist eine Lektion für alle. Er inspiriert uns, für eine bessere Welt zu kämpfen. Seine Botschaft findet bei Jung und Alt gleichermaßen Anklang und fordert uns auf, nach Frieden und Gerechtigkeit zu streben. Seine Stimme haltt noch immer nach. Durch seine Worte und Taten lebt Ronkowitschs Vermächtnis von Mut und Mitgefühl weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017